So meine Lieben, ich habe einen wunderschönen Tipp für euch. Bleibt beim Atatürk Denkmal gegenüber vom Waikiki. Hier gibt es das hier. Ihr werdet euch freuen. Nussschnecke und spezielle Brote und vor einem Krapfen und Nussschnecke. Nussschnecke. Also, wer mal Lust hat auf Nussschnecke, weiß, wo er sie herbekommt. Liebe Grüße, immer schön Informationen austeilen.